Der britische Premier Boris Johnson muss einen weiteren Rückschlag verkraften. Im Drama um den Brexit hat sein eigener Bruder Joe seinen Rücktritt als Abgeordneter der konservativen Tories und als Regierungsmitglied erklärt. Bei Twitter verkündet der 47-Jährige, er sei in den vergangenen Wochen hin- und hergerissen gewesen zwischen familiärer Loyalität und dem nationalen Interesse. Dies sei eine unlösbare Spannung gewesen, sagte Joe Johnson. Mit dem Amtsantritt seines Bruders als Regierungschef Ende Juli war er Staatssekretär im Wirtschaftsministerium geworden. Joe Johnson ist ein vehementer Verfechter des Verbleibs Großbritanniens in der EU und Befürworter eines zweiten Referendums.